Wird er hoch? Ja, ja. Irgendwann, wenn ihm die Zigarre aus dem Halse kommt, wird er hochzurufen. Dann wird er auch leichter. Der wird gut. Ich hole den bloß raus, Junge. Lass ruhig die Bremse ein bisschen. Soll sich abkennen. Ja, ist das ein Zappler. Das waren jetzt bei 138 Meter. Ja, 138 Meter. Dann zeigen sie auch Fische. Abgegangen wie ein Zappler. Der hat das verschnurrt ziehen lassen müssen. Ja, ja, ganz ruhig. Zöge Freude. Jooo. Ach du Scheiße, ne. Ach du Scheiße, ne. Ich glaube, da nehmen wir lieber mal das Gaff, ne. Du kannst aber nur durchbrechen, glaube ich. Nein. Hau nicht mehr ruhig rein. Kriegst du nicht in der Chiemen? Nein, 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 nein. Bist du nicht in der Chiemen? Ja. Bist du nicht in der Chiemen? Ich bin in der Chiemen. Ja, ich bin in der Chiemen.